Meine Stärken sind sicher, dass ich ein Allround-Game habe, dass ich alle Strecken gut spielen kann und ziemlich früh den Ball nehme. Mein sportlicher Ziel ist, sich jedes Mal im nächsten Training zu verbessern, ein gutes Training zu machen und im nächsten Match gut zu spielen. Und dann klicken alle anderen Ziele automatisch. Ich denke, die Niederlage gehört zum Sport und man muss davon lernen können und das im nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Es ist nicht angenehm, ich will hier nicht lernen, aber es gehört dazu. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar.